DIN 5008 schreibt bei Auslandsanschriften vor, dass das Land erstens überhaupt und zweitens in Großbuchstaben zu erscheinen hat. Bei Inlandsanschriften wird das Land dagegen nicht angezeigt. Wie bei der Briefanrede ist der Idealfall auch hier ein eigenes Datenfeld in der Datenbank, wo alles korrekt hinterlegt ist. Sie fügen nur noch das Seriendruckfeld ins Dokument ein und der Fall ist erledigt. Der Normalfall ist aber meistens nicht der Idealfall, sondern sieht so aus. Das Land ist nicht in Großbuchstaben gehalten und für alle, also auch für die inländischen Anschriften erfasst. Um Auslandsanschriften dennoch dienkonform zu gestalten, greifen Sie zur Wenn-Funktion. Frau Rosa Munde wohnt in Österreich und soll uns als Beispiel für dieses Lernvideo dienen. Los geht's! Klicken Sie im Register Sendungen auf Regeln und wählen Sie Wenn-Dann-Sonst. In Gedanken gehen Sie noch einmal kurz die Logik der folgenden Anweisung durch. Wenn Word im Datenfeld Land der Datenbank ein anderes Wort als Deutschland vorfindet, dann soll dieses Wort angezeigt werden, und zwar in Großbuchstaben. Findet Word jedoch die Bezeichnung Deutschland, dann soll es sich vornehm zurückhalten. In der Sprache von Word bedeutet das, wenn der Inhalt des Datenfelds Land ungleich Deutschland ist, dann zeige den Inhalt des Datenfeldes Land an. Fürs Erste tippen Sie analog zur Briefanrede erst einmal einen Textplatzhalter ein, den Sie anschließend durch das Seriendruckfeld ersetzen. Das Wenn und das Dann hätten wir damit. Nun zum Sonst. Sonst, und das betrifft logischerweise alle Datensätze, in denen Word den Begriff Deutschland vorfindet, soll die Software nichts unternehmen. Also lassen Sie dieses Feld einfach leer und klicken auf OK. Wieder einmal gilt die Grundregel, Arbeiten an Feldern immer in der Feldfunktionsansicht vornehmen. Im Klartext Alt F9 drücken und den Blick hinter die Kulissen genießen. Ersetzen Sie nun den Platzhaltertext Land durch das Seriendruckfeld Land. Doppelklicken Sie dazu den Platzhaltertext, öffnen Sie die Liste der Seriendruckfelder und wählen Sie Land. Moment. Jetzt nicht Alt F9 drücken, noch nicht. Erst kümmern Sie sich noch um die Grußbuchstaben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Seriendruckfeld Land und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Feld bearbeiten. Aus der Liste der verfügbaren Formate wählen Sie Großbuchstaben und klicken auf OK. Jetzt drücken Sie Alt F9 und sind wieder zurück in der Feldergebnisansicht. Voila! Jetzt sieht jeder, dass Salzburg in Austria liegt. Ein gutes Gefühl, so nebenbei auch noch die Erwachsenenbildungsabteilung der Deutschen Post zu unterstützen. Nächster Datensatz ist der Gasthof zum V aus Zürich. Einmal vorblättern und passt. Dann folgt wieder eine inländische Adresse. Auch hier ist alles in Ordnung. Geschafft!